So, herzlich willkommen zurück zu NECK bei der Mega-Aufnahme-Station, wo ich nicht mehr kann. Ha, unfassbar. Er ist auf ein ferngesteuertes Flugzeug reingefallen. Und jetzt? Mal sehen, was Victor mit diesen Relikten vorhat. Aber irgendwie müssen wir an den Sicherheitslasern vorbei. Doktor, was ist mit der Mission? Sollten wir nicht lieber zurück zu Onkel Ryder? Lucas, jetzt hör endlich auf. Ryder unternimmt alles, was getan werden kann. Wir müssen jetzt erstmal an den Sicherheitslasern vorbei. Eine Idee? Ja. Ich glaube, ich weiß da was. Gut. Hey NECK, siehst du diese Roboterwachen? Sie nutzen klare Kristalle in ihren Strahlern. Lass uns 20 von denen zerlegen. Und was genau soll uns das jetzt bringen? Es ist viel einfacher, es ihnen zu zeigen. Sind gleich zurück. Genau wie ich dachte. Klare Kristalle. Ich sammle sie auf. Du machst weiter. Jackpot. Cool. Ah, da haben wir noch einen. Aber es reicht nicht. Gehen wir mal da hinten lang. Da sind nämlich normale Roboter, wie ich gerade gesehen habe. So. 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 Gehen wir mal da hinten. 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 Hm. Das ist. Ich brauch nur mehr so Maschinen. Oh, das sieht ein Granatwerfer da hinten aus. Oh, so viel Kristalle. Aber es reicht leider immer noch nicht. Bis auf den einen Robo ist da glaube ich nichts mehr. Aber so wie ich die Spiele kenne, sind die Roboter abgezählt. Das heißt wir müssen die erledigen. Die da links sind unwichtig. Die sind aber wichtig hier. Oh, der folgt mir direkt. Unfair. Cheater. Cheater Bastard. Komm Nigger. Zack. Oh, da ist ein Special da unten. Ja. Noch ein USB-Stick. Sehr schön. Fast fertig. Jo. Oh. Hilfe! Oh. Uh oh. Verdammt. Alter. Was soll das? Nur als Info, wir spielen übrigens auf normal. Also entweder spiel ich so scheiße oder das Spiel ist wirklich so schwer. Neck, danke für die Rettung. 2,60 Euro. Ich glaube, das reicht. Neck, erinnerst du dich an die Eiszapfen? Du baust jetzt diese Kristalle genauso in deinen Körper ein. Das ist ja lächerlich. Ich habe das für unmöglich gehalten. Die arkanen Energien von Necks Brustkugel interagieren sonst nur mit... ...material der Relikte, ja? Es ist möglich. So, Neck, jetzt wird es etwas schwieriger. Du musst dich konzentrieren und den Teil von dir, mit dem du denkst, in die Kristalle verschieben. Vergiss die Relikte einfach. Geil. So, jetzt gehst du einfach durch die Laserstrahlen und schaltest sie ab. Denk dran. Wenn die Strahlen dich erfassen, ist das dein Ende. Man sieht mich gar nicht, wie geil. Schade, hier ist zu. Ah, mit 3 kann ich mich auch wieder zurück verwandeln. Ach, wie geil. Aber wo kommen dann die Relikte her, würde ich gerne mal wissen. Ah, Jollof. Oh, fuck, die sehen mich. Höhöh. Höhöh. Kann ich da landen? Nein. Ich finde das geil. Okay, da müssen wir landen. Ah, verstehe. Höhöhöh. Yay, ne Lupe. Seltenheit. Eins. Wow. Zeitdehner. Ich glaube, mit diesen Specials, das sind, ist für die, äh, Dingens, für die... Pfeiltas. Für die, ähm... Pfeiltas. Eiii. Die habe ich vergessen. Was ist das? Also das Bild unten von Neck, das sieht scheiße aus, unten links. Ah! Ich sollte mal aufhören, so auf die drei Kaste zu drücken. So. Ah! Ich vergesse das dauernd. Nicht drücken. Zack. Achso, da müssen wir ja nicht mehr rein. 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 Das sind ja alles schöne Kristalle hier. Die nehmen wir alle mit. Oh, come on! Hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm. Ich-hm-hm! Ich-hm-hm. Ich-hm-hm. Ich-hm. Ich-hm. Und dann, ich-hm. Schaut sie jetzt. Geht mir auf den Sack. So. Hey, unser Labor. Na gut. Wir sehen uns aber dann mal in der nächsten Folge. Eine, eine, eine mache ich noch. Eine mache ich noch.